hallo und wieder herzlich willkommen zurück hier bei seven days to die mit dem onkel der immer noch kein gesicht hat und mir genau und wir laufen jetzt mal in die richtung ach so ja red red wir wollten aussortieren ja das haben wir jetzt nicht in der aufnahme hause gemacht das haben wir ja gesagt machen wir dann doch nicht weil es jetzt eigentlich wurscht ich geht es gerade richtung der kiste die war doch hier irgendwo kommt nicht hoch was problem ist ich weiß absolut nicht wo die kiste runter kam ich auch nicht vor mir da kommt ich ja macht ich habe hier wieder lesen pass auf hier ist noch in dem in dem zombie ist noch was drin das kannst du lesen ach das steht liegt hier doch liegt dort liegt neben dem zombie das buch ich glaube das war hier die richtung in welche richtung war da war denn das in den die dose katzenfutter der haustier glaube ich nicht ich denke das kann selber bei selber essen also können wir es eigentlich zerlegen oder was meinst du jetzt die dose katzenfutter da kannst du das nicht essen ich habe nämlich handschuhe gefunden und zwar schutzanzug handschuhe ich finde es ja blöd dass diese kisten nicht so lange angezeigt werden das finde ich richtig beschissen eine alte vera pflanze genau aloe vera natürlich stimmst du hast dir das letzte mal gesagt die alte vera pflanze papier gefunden also bitte liebe entwickler tut mir einen gefallen und fix das mit der weitsicht und den lecks also ein schwein ein schwein papier ich will dich schlachten wirbt nicht das war doch hier irgendwo oder bin ich doof der schweine schlachten weiß du musst mit einer hacke draufhauen oder ja aber das geht nicht wenn es rennt da zieht es nichts ab ach so willst du es während dem laufen schlachten wie soll denn das funktionieren habe ich gemacht ich habe beim beim laufen habe ich drauf gehauen aber hat nichts abgezogen das ist mein problem ja dann latsch dir ja ewig irgendwann die muss doch irgendwo sein warum sieht man denn die nicht mehr die muss doch irgendwo angezeigt sein die muss doch irgendwo angezeigt sein die ist doch irgendwo am arsch der wild war die überhaupt richtung südosten ja hallo die ganzen pflanzen immer mitnehmen weil da kann man da bestimmt mich die ziehen draus basteln machen ja kann sein ich lauf hier mal noch über den berg guck ich mal noch runter und wenn da nichts ist dann liegst du mich am arsch da komm ich zurück können wir auch mal wieder nach hause gehen würde ich sagen was willst du denn zu hause haben wir da gar nichts ausbauen wir haben da gar nichts gesammelt wir haben da Holz Wahnsinn das gibt noch so viele Sachen die man bauen kann ja aber es geht doch erstmal dass wir die 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 dass wir außenrum erstmal ausgebaut haben ja das geht das das loot für das außenrum ausbauen das ist doch kriegen wir doch schnell brauchst doch bloß draus um die Bäume abzübeln wir können ja nicht ewigkeiten nur ja hier ähm am rumlooten sein sag ich jetzt mal so ja meine letzten vier parts haben wir nur gebaut also von daher glaube ich ist das mal ne schöne abwechslung ich sammle nebenbei Holz ein von den kleinen ich habe keinen Dunst wo diese scheiß Kiste hingeflossen ist was mich übelst anstinkt weil ey wirst du schon irgendwann finden ich bin an dir grad vorbeigelaufen ne äh hm du nicht wirklich doch doch ich hab dich sogar gesehen ich bin in deine Richtung gelaufen und dann ich hab dich sogar gesehen dann bist du wow ich bin hier runter gefallen Alter hier ging es grad steil nach unten der haut einmal drauf was macht der denn mit dem Knüppel gibt der mir nicht wenn ich mit dem Knüppel draufhaut das dauert mir ewig das ist auf dem Kopf kleinen Bäume hier diese abgefaulten Bäume nehme ich immer mit ja mach das bringt zwar nur irgendwie ich glaube 5 Holz oder so aber ist Holz da ist nix drin hm nix aus drin aus das nervt mich richtig an mit der Lootkiste muss ich echt sagen warum ist denn die nicht mehr angezeigt warum wird die nicht mehr angezeigt weil das so ist weil die sie selber finden muss wenn die das nicht mal fixen alter mit den legs legs? ja mach das Auto kaputt hm viel Spaß ja können wir bestimmt noch gebrauchen irgendwann wir sind das kriegst denn raus der Benzinganister auch aus dem vollen Auto mhm ja das ergibt jetzt keinen Sinn aber oh guten Tag hä oh ich hab wieder solche ich hab wieder solche warum kann ich denn das nicht gleich da drinnen zerlegen das ist doch doof also aus dem vollen Auto wird dann erstmal ein kaputtes Auto ja wie scheint das jetzt aus wie viel solche Chips brauchst du noch um sie zu zerlegen nein ich hab warte mal wo bist du ok guck mal zerlegst du auch noch das Auto ne Auto schlägt kaputt ich hab die Lootkiste haha hm hm Leute er hat die Lootkiste gefunden ja Onkel hat die ganzen Müllsäcke schon ausgelootet hier ja sicherlich das wird jetzt mal sehr interessant die Lootkisten die enthalten bestimmt wieder vielleicht hab ich da auch Eisen für gekriegt ich weiß es nicht boah Alter jetzt hat's auch beim Schlagen geleckt das war jetzt fies Ludi Kiste hallo na ähm oh Bauplan für ne AK-47 ich hab Sandwiches das ist ja auch Sandwiches ne 8 Sandwiches ne 8 Sandwiches altes Charme Sandwich da steht wirklich Charme ne da wirklich glaub ich das wäre cool ja altes Charme Sandwich ohne C ja das hab ich auch das nicht also also Schäden oder Schäden ok pass auf ich hab dir hier in der Kiste noch was drinnen gelassen Galut ja bitte das liegt jetzt hier daneben musst du mal zu mir kommen ne ich bin schon auf dem Weg he 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 boah leck cool achso das ist ein riesen Felsen kommt da wär ne Hütte oder sowas hier liegen so Sachen unten rum da kannst du wieder was lesen dann kannst du wieder hä? wo? naja wo ist man hä? da liegt noch ein Buch da Bauplan für der AK-47 ich dachte ich kann das wieder in den Karton reinhauen weißt du und dann ist Ruhe im Nu aber nix da ja Bauplan war das andere was du mir hieß gegeben hast? das war so ein Schambrot haben sie aber auch einen blöden Namen ausgedacht ja warum? naja Schambrot was besteht das denn? aus Scham hm Scham Scham oder so Weiß ich 幫 papier isser Renn renn rennen und geh weg ist er ist durch verarschen es lockt mich genau in die zombie-hörter rein die auch nicht dahin das ist gerade etwas schwierig lauf, 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 lauf ähm, wir haben ein Problem, ne? du weißt schon, dass unsere Hütte nicht mehr angezeigt wird, ne? ist dir bewusst? Mann, ne, wo ist denn die Scheiße? weg ne ich hab jetzt so viele Pfeile da rein versaut sie sind wie unsere Hütte, die ist auch weg ach, ich seh die doch noch da oben, ja, aber ganz klein im Nordost ach, das ist doch kacke da ist ein Auto das er nicht gelootet hat und da ist Holz drin nein, weil ich da gerade eben ein Schwein gejagt habe ich sag ja, beim rennen kannst du nicht hauen, ne? das bringt irgendwie nichts doch, doch, doch oh, ich hab' Chetons gefunden so, zerlegen ach so, Chetons waren da auch drin in der Küste, genau ich hätt' ich... ich bin hier in so'n... ach, da bist du so'n Millhaufen irgendwie konnte man doch die kaputten Autos auch mal looten geht nicht mehr nö, die kaputten nicht ging das nicht mal? täusch' ich mich jetzt den Zombie erst liegen lassen da ist der geguckt jetzt ist da nix drin ich will erstmal looten ich kann nicht mehr looten, ich bin voll scheiße, ey, jetzt ist das Schwein weg er hat mal Essen... er hat mal Essen gehabt also ich kann nix mehr looten, ich bin voll warte hier scheiße ein Hirsch ja, ich hab' einen Auffall so ja, wie gesagt, wir könnten uns... wie gesagt, wir könnten uns jetzt noch aufteilen ja, wir könnten uns jetzt noch aufteilen ja, ich weiß, aber jagt das Vieh mal ich könnte jetzt mal noch Pistole rangehen nein ja, und Kopfrotzen ich hab' dir jetzt grad so in den Kopf geschossen ich hab' dir jetzt grad so in den Kopf geschossen wie der Lull, das sieht aus wie so kein Dickel, ne? mhm du ein Drecks, wie? wie? oh, alter was denn? irgendwas zerlegt das geht gar nicht, alter was denn jetzt so wieder? was redest du? ich hab' dir Pistolenlauf gefunden und rindfähig cool, das kann ich ja auch hier zerlegen und Pistolenpfeile das Pistolenpfeile das ergibt keinen Sinn, crazy nicht hier Pistolenteile du musst dir gucken, ob du noch Sachen zerlegen kannst oder wegschmeißen kannst gerade dieses, dieses, äh, äh verrottete Brot, was du hast dieses Schambrot das kannst du doch wegschmeißen ach, das ist doch nicht wahr au! und jetzt schon wieder? alter präg' mich doch nicht so, alter ernsthaft lebt die noch? ich hab' vollen Schuss in den Kopf gegeben fragst du doch mal oh, das ist Fleisch das schmeiß ich jetzt weg und den Arsch das kannst du wegschmeißen das ist natürlich der Hirsch alles weg der steht da echt seit 3 Stunden an dem Haufen hinter ihm kommt ein Zombie, den beachtet er gar nicht äh äh Sau ist halt so viel Zeug ich hab' sogar Schießpulver mhm Holzknibbel, äh, äh, äh Haufen Flaschen hab' ich was ist diese Lärm? was heißen Haufen? der schmeiße raus, ich kann auch noch was nehmen Flasche Wasser Flasche Wasser, vier Stück ne, kannst du doch trinken kannst du mir was gegen den Durst machen hab' ich Durst? na sicherlich ne, ich hab' Hunger selbst da hast du doch vor uns Katzenfutter gesammelt ich habe noch Brot ne, nicht dieses verrottete Brot essen ist das verrottet? das Schambrot ist verrottet, ne klar Lebensmittelvergiftung, 50%, oh okay verstehe äh ach, die kann ich nur einzeln wegschmeißen? wen? jetzt, jetzt geht's ach gerade ich schmeiß das nicht weg was willst du dir wegschmeißen? das blöde Brot schlägt doch da rum geht's dir in die Tasche und guck ich sammle ich sammle jedes Mal wieder rein ich kann's nicht wegschmeißen komisch warte mal schmeiß mal weg so, ist es das? so, jetzt kannst du's weg jetzt jetzt ist es weg hast du's jetzt eingesammelt oder? ja automatisch oder wie? nö jetzt ist es bei mir jetzt liegt die Sorten auf der Straße ich hab's jedes Mal weggeschoben also aus dem Dings raus da war's weg und sobald ich weitergeladet bin war's wieder da so warte mal diese Dinger und diese Dingenteile da hast du noch Platz? hast du noch leere solche Gläser? da kannst du mir die Klammer geben ich hab hier so Glaskrug vier Stück ja, kannst du mal hergeben okay was hast du noch so? was du nicht brauchst? Moment, lass mal hier das einsammeln mhm so ich habe du kannst mir zum Beispiel deine Messingteile alles geben die kann ich hier erst decken bei mir dann hast du wieder Platz Messing Messingteile, Metallteile, die kann ich erst decken dann hast du wieder, wie gesagt, Platz für Nein Loot Steine, Holz, kann ich ja alles decken hab ich ja alles schon im Inventar Messing, Messing, was hab ich denn jetzt Messing? Messing? wie sieht das aus? ah hier, zwei ja klar im Endeffekt trau man sowieso in eine Kiste so ja, ist klar ähm Eisenrohr, kannst du auch stecken? äh wenn du auch eins hast? ne, hab ich gar nicht achso, weiter ähm das gibt's doch nicht scheißdrecklich hast du, hast du, hast du Metallteile, Steine, Holz hast du alles hast du Patronen? ja, Patronenhülsen hab ich Patronen? ich habe ganze Patronen welche? 7,62 Millimeter hab ich nicht vielleicht für deine Pistole? da hab ich 9 Millimeter ah du kannst mir auch die Kohlebrocken geben oder das Natriumpulver kannst du mir alles geben Kohlebrocken, ja, die 280 Kohlebrocken hier und Natrium so so ähm ich habe ich habe ah, du hast doch Pfeil und Bogen ich habe Stahlpfeile ja, das ist glaube ich ich weiß nicht das ist Pfeil und Bogen weiß ich nicht das sind Pfeile oder? warte mal, was steht denn da? ähm effektiv Brenndauer verursacht schaden verursacht schaden alles blablabla blablabla hier steht nur nachladen gedrückt halten und zwischen Munitionsarten wechseln ah ok nachladen gedrückt halten um uns zwischen Munitionsarten zu wechseln also ihr Pfeil und Bogen da bitteschön ach ne hm, alles klar ja ah ok geht wirklich er muss den Kreis gedrückt halten wahrscheinlich ne ja ich habe einmal diese Pfeile nehmen und dann unten die ja geil noch blei kannst du zu legen blei kann man zerlegen ne blei kann es nicht zerlegen ein bisschen blei zerlegen zu was ach so ja dann ja dann gibt's ja ich hab's noch aber warum wirst du jetzt eigentlich alles du wolltest doch eigentlich bist du in der Tasche auspacken oder nicht weil du wolltest dass ich dir das gebe ja mach einfach mach einfach mach einfach weil weil du das schon hast dass du das dass du das decken kannst ja um dann mehr Platz zum Looten zu haben na klar na eben mehr habe ich auch nicht was ich dir jetzt geben könnte ich habe hier noch Kleber Klebeband Papier kannst du alles decken äh Ahornsamen Papier habe ich auch ja Stofffetzen äh Steine äh Steine 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 hatte ich doch mal keine Steine sehen die aus nehm ich da hin Pfff äh ich habe Steine Steine habe ich ja Benzinkanister Benzinkanister habe ich 138 Nägel kann ich alles decken Nägel Nägel habe ich keine äh äh dann hier diese Blei halt hast du mir ja schon gegeben Kleber ja und so weiter und so fort ich würde mich gerne mal ein bisschen weiter bewegen hier fünf Plätze frei super da kannst du ja noch die Autos hier auf der Straße mach mal hier noch den Rucksack ach die ist schon leer hab ich schon kannst du ja hier noch die Autos da waren die Patronenteile und so drinnen mhm das ist alle kann man sogar kaputt machen die Tasche gab das jetzt weiß ich nicht irgendwas ähm warum soll ich denn die Autos kaputt machen hä auch geil hier habe ich das geiles gefunden halt du nicht die Schreckenarbeit machen willst ne nicht kaputt machen durchsuchen hab ich das schon durchsucht Anglerblei habe ich hier noch Angler ich höre Zombie kann passieren das blöde ist wir haben keine Fackeln ne wir sehen gleich nichts mehr ne ja das blöde sage ich eigentlich schon seit einiger Zeit lass uns mal wieder nach Hause gehen wir stehen auch hier die ganze Zeit ja das würde ich schon die ganze Zeit ja aber jetzt lud man ja noch die Autos in den Müll bis deine Plätze voll sind hab hab komm vielleicht finden wir noch Essen und so n' Zeug neue Gitons kann ich wieder auseinandernehmen 3 mal sogar ne einmal nur diesmal waren es 10 oder direkt ja nicht alle auseinandergenommen all das wird dunkel juhu die Zombies ja die bösen bösen lebenden Toten Alter wo sind wir ja ich seh nix wie kannst du das sehen wie kannst du das sehen oh wir haben wieder was in dem Zombie ist wieder ein Bauplan drin den lass ich dir gleich mal drin den lass ich dir gleich mal drin das stehe nix hier liegt es rum hab ich das jetzt eingesammelt hab ich das jetzt eingesammelt ja da muss man da in den Tag gucken kannst du auch wieder lesen dann hast du wieder Platz frei da hab ich nicht eingesammelt Alter wo ist denn hier wo siehst denn du hier was Alter was bist du echt zu blind? hier ist nix alter das ist schockenduster alter das ist dunkel das ist wie wenn du gegen die schwarze Wand guckst du bist doch hier liegen das ist wie du das machst bei dir aber das ich seh n Zombie und ich seh alles mögliche was ist das die Bauplan ist nicht eingesammelt weil da liegt da nämlich nicht mehr rum ich hab irgendwas eingesammelt ich weiß aber nicht was Baupläne sind doch immer blau ne immer nur diese blauen Teile ne mit diesen ja hab ich nicht ich hab irgendwas eingesammelt aber ich weiß nicht was ja wie gesagt das war ich glaub Schuhe und da ist ein Baupläne daneben also für Schuhe so ja liebe Freunde der Part ist auch schon wieder zu Ende wie? na der Part ist schon wieder zu Ende hier schimmliges Brot habe ich eingesammelt das kannst du wegschmeißen ja das ist mir auch klar ähm ja wir machen im ich seh jetzt nix mehr ne ich lauf jetzt sozusagen blind also ja gut dann machen wir jetzt Ende in der Dunkelheit und äh wir sehen uns dann morgen wieder richtig bis dahin tschuuuus tschuuuus bis gleich bis 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 Vielen Dank.